jo diesmal von 5000 ab zur lost map das kann dauern zumindest sieht man die sonne und mond wo war er ich seh mich doch da alles neblig hier oben ich bin schon auf 2000 1800 1600 1500 ja genau das könnte ich auch mal ja jetzt bin ich bei 3000 ach ist das leben schön über den wolken 800 700 600 500 über den wolken muss das leben wo grenzenlos sein 1500 jetzt geht die sonne unter jetzt hat man hier noch andere farbe war jetzt weiß rot weiß rötlich 700 600 jetzt könnte ich sehe land die wolken kommen also ja land und ab ins loch ja tot